360 Minuten, finde ich, geht das, was ich in der 55. gesagt habe. Aber Werder ist jetzt so zweimal etwas mutiger geworden. Ljounousovic gegen Sokratis. Und nochmal. Er hat hier gar keinen Bock, sich so vorführen zu lassen. Einmal, zweimal und ich glaube, jetzt kommt das dritte Mal mit dem Tunnel. Und da gibt es an Sokratis auch mit der Sofortbestrafung ja wohl drei Tunnel innerhalb von 30 Sekunden.